hallo herz willkommen zu das blacklist weißt du das blacklist mode oder mich nein leute ich bin doch geraden da war naja dann ja mit mich ja mit mich ja ich muss ich selber vorstellen ich bin einfach zu dämlich dazu so wie ein bot juli in ein bord wer mir in ein bord ich weiß nicht mehr nein ich hätte fast noch gekriegt da war der antwort ich noch da ich werde gestorben aber ich hätte den vielleicht mitnehmen können sehr gut sehr gut ausgezeichnet meint so wir hacken c nein ob das was wirklich versucht und der harut macht es also direkt vor mir soll ich soll ich auch mal beziehung zum heckpunkt kommen und begrüßen euch da mal ein bisschen unterstützen ja und der kerne kerner ist auch mit von der partie im gegner team genau ich habe bis jetzt auch nicht getroffen was denn ja ich habe geil ich habe was was da hat mich noch mit der wiener ja das weiß ein bisschen komisch aber naja wenn das von der meinung ist ich wurde so mit der drohne achtung scheiße ich jetzt ja auch noch na ja ja das ist aufpassen das habe ich jetzt gerade voll missachtet mein guter kann ich kann eine gute miene ausgezeichnet die war gut echt und der hacker stirbt nein nein das mann was für also das war aber immer zwei um sich herum ja das habe ich jetzt gecheckt das war jetzt das war jetzt gerade so bist du ruhig vielleicht sollte ich auch mal nicht die ist ja vielleicht ach ist das nicht schön wenn man nicht so aber du bist der einzige den wir kennen prinzipiell bei blacklist ja hast du gedacht hast du gedacht ach so na dann machen das ist noch mal halt auch mann 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 so aber nicht er wusste sofort wo ich bin also im grund aber ich habe ich habe ich habe das bringt irgendwie nichts gerade die miene gelegt und ich reine messer ihn noch und die mine hat anfangs gar nicht reagiert das war voll geil das war beim kann ich noch so gut so gehen wir jetzt eiskalt auf c alle ich gebe auf park oder nein 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 der hat sich umgedreht der der hat sich freund hat vorhin schon so das ist richtig krass der typ halt da heute uns doch beide weg obwohl ich genau vor ihm stand doch scheiße ich dachte ja dort mich hat er macht das getraut aber ich kriege noch ich kriege wenigstens noch die rache naja scheiß drauf das nächste mal gehen wir jetzt auf a oder jedenfalls ist der typ das man tut ja ich weiß nicht wohin hoch auf jeden fall hoch nicht unten bleiben ich gehe ins wohnzimmer oder so so das ist jetzt der dritte also es ist nur noch einer da ja gut das ist der den ich schon mal getötet hatte jetzt gerade mensch ich gehe hier durch los bist du sicher ich bin wohnzimmer sicher naja noch ja ich will wissen ob der leute bei dir sind da draußen rumlaufen kann naja ist gerade niemand hier aber nämlich so allein lasst dann dann fühle ich mich verlassen fühle ich mich allein da oben oben ist jemand auffangen hat ich bin weg und ich habe noch einen eingekriegt aber der hätte wird gleich reinkommen unser guter kann die kerner legt im richtigen moment immer die minen das ist das ist echt das ist echt wahrscheinlich das macht er immer in dem moment wo ich hinter dem kommen mit dem messer ganz genau kann es ja nicht mehr machen da musst du halt dann zu rennen ist halt versaut aber da stirbt wenn dieses noch ich mache ein bisschen action bei dir Achtung ausgezeichnet Vorsicht Einen ist oben bei mir ja ich weiß schon ja 22 auf der linken seite bei dir ja hinter dir hinter dir hinter dir ich weiß ich weiß ich weiß das kann das zimmer eingelaufen ja nein scheiße ja ich wäre gestorben da war die mine hast du es ja ich habe es geil so müsste es sein meuren super gemacht so ab zu b da oben links ist noch einer über dir ne aber ja achten rechts links neben dir kommt danach ich sehe das nicht ich sehe dass der kamera nicht nein ich habe dann eben geschossen nein ein junger junger war das schlecht war das schlecht man ich weiß nicht ob das schlecht war also wird ach scheiße ich gebe doch da war meine ob das was ich wieder was doch der kerner da liegt die min echt perfekt immer irgendwie dort wo man irgendwie ist nicht hat scheiße hier glitsch ein rum so michael wird jetzt nur noch was aus boc naja die sind die sind ziemlich gut ist natürlich nicht mehr so muss man zählen noch mal also welche noch von der leine runter geholt man dass man in der luft weg geholt werden kann ist ich war quasi schon in der deckung er konnte mich kaum sehen aber kriegt mich noch voll mit dass die scheiße box sonst wo liegt scheiße ich bin so die fähigkeit unsichtbar viel zu wenig jetzt mach doch mal hier du hast gerade ein bisschen geleckt ja ich weiß nicht probier noch mal c vielleicht ich war unter deckung eine halbe sekunde später ist der auch tot das gibt es da nicht ich war unter deckung was ist schon deckung ne scheiße wie wir uns da ist merks schlagen ja das wird lustig noch danke da hinten ist doch noch ein ist noch der antrag er ist okay nein ich muss nachladen macht nichts ja sorry nachladen muss es auch mal sein nachladen muss auch mal sein ich habe den echt nicht gekriegt das gibt es da nicht perfekte scheiße wir müssen den jetzt hacken sonst klappt sich an b kann der rumbleiben so lange will das wird nichts mehr mein guter der haarrot kapiert das nenne ich finde es echt in blacklist schwierig im zweiten und dritten punkt zu hacken es ist meistens der erste der ist noch okay aber dann zwei und drei wirst du viert kannst du dich halt gut aufteilen ja ich würde empfehlen dass wir zusammen bleiben damit wir uns gegenseitig rächen können beziehungsweise bessere überlebenschancen haben allgemein noch gesehen was hast du gesagt zusammen rum rein was verteidige zwei stationen was sind das für hässliche dinger die komische kameras emittieren so einen impuls da kommt so ein viereck bei dir und du denkst es in spion aber eigentlich ist gar kein spiel und verstehst du das ist ein ziemlich gut organisiert glaube ich ja ich glaube es irgendwie auch wozu fack das ging schnell ich glaube nicht dass das für die problem wird die sachen zu hacken naja glaube ich auch irgendwie nicht ich spreche wie so ein wahnsinniger naja gut objektiv halb kompromis naja komm wow er hat mich so dumm im gang alter die sind fix alle ganz schön fix so happen man 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 hat er mich auch noch das gibt es nicht diese scheiß tarnung habe ich echt nicht gesehen jetzt der fände den puff nicht dass der hinkommt und weil jetzt kannst du wieder ganz entspannen da hinkt jemand gut ja im kern die kerner werde ich mir noch willkommen wenigstens stehen so c war es naja ich bin doch oben junge was erwartest du denn dass hier oben noch jemand ist wow nein 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 ich hab nicht nur gerecht ich dachte du hättest mir das leben gerettet weil die animation nicht endlich geklappt wurde dachte ich auch dachte ich auch pass gut auf die können dort auch an der treppe hängen ne ok haben noch also zusammen rumlaufen hat ja bis jetzt gut geklappt sag nicht der hackt jetzt während du dort um hängst also doch ja da war so ein dreist ich habe einen ja hacker oder nicht schon was jetzt läuft ja ganz gut ne also eigentlich sah nur am anfang so krass aus dass wir alle so mit einem überlegen bei uns war es ja auch so schwierig na den einen punkte überhaupt zu kriegen da war ja auch ganz viel kampf dabei ist wie viel ich weg holen musste dass wir geklappt hat auf jeden fall das hat auch nur geklappt weil die kunden wie dem kloppen halt immer zu dem punkt gerannt sind immer wieder immer wieder immer wieder ich bin da ganz schön chillig wenn sie sich darauf geachtet haben naja dann hätte ich mich mit der rosa gehangt nein alter doch du hast es noch geschafft alter dankeschön nein ich habe mich auch gerettet alter wie geil ist das denn bitte alter das war jetzt mal teamwork würde ich mal sagen ok auf zu b alter what the fuck ey ok der geht schon ein bisschen die action ab auf jeden fall das beim classic mode nicht so der fall ist warum liegen hier so viele dinger jetzt mal ganz im ernst ja ich verstehe so nicht ach du und da hinten ist einer ja wird er sieht ein bisschen hackerig aus wollen wir gehen mal zu a schnell komm mal schnell mit ok ich denke nicht dass die bau hier ich kriege ja blitze ab ja trotzdem machen wir mit ok nur damit sie den nicht angreifen da ist noch einer bei b wenn der auch noch weg ist so und wenn es nur dazu gut ist das wird dann jemanden dazu zwingen c zu hacken ja oh das war der typ bei b das sollten ach ne doch nicht aber das war der schlechte bei c so gut ausgezeichnet dann gehts los gut dass ich die schnellen schuhe angezogen habe ich weiß gar nicht welche ausdruck ich hier habe aber ich glaube schon dass ich so bilder sprinter bin auch nicht ich würde mich an deiner stelle noch mal damit beschäftigen bevor wir das nächste spiel starten hast du denn ja ja mit meinem geilen adrenalin gehe ich sonst die ab ja da da direkt in der kante hast du ich habe aber keine money mehr ich habe auch keine money so ins pack da ja 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 das ist ein haus nein meine maus packt alles klar okay aha super das läuft auch gut hat sie mal ausrüstung oder so ne ich glaube nicht was 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 mache ich denn wenn ich hier mal nie leer habe gar nichts du kannst nur pistole nehmen die hat du endlich schuss das ist die einzige möglichkeit gut habe ich auch schon gehabt oder sterben das passiert halt wenn du gut bist ja ja ganz genau ganz genau oder wenn du sie uns verschwenderisch bist hier sind wir bei c da fuck hier sind mehrere bei c nein er hat mich auch oh fuck der kaputte sei froh da ist jetzt wieder eine waffe ja das stimmt ja mit der piste im moment ist noch niemand da jetzt jetzt wird b oder a gehackt oh ich habe einen neuen rang toll übrigens der rangaufstieg wird nicht also sobald ich das jetzt beurteilen konnte es wird nicht unbedingt schwieriger also es ging jetzt alles oh da ist er noch vor a und dann schnell andere schleicht doch hier auch noch rum das war nicht ah der liegt schon hier ok gut aber gut ist versteckt wow hinter mir hinter mir im fack wo wirst du da er ist gerade in den bänden gesprungen genau hassen ja gut schade dass ich den rechner nicht bekommen habe aber scheiß drauf meine fresse so ich würde mal sagen wir machen uns auf die c wenn ich äh wie ist das oh da aber bei a fliegt gerade eine empkarte rein aber b ist sehr gut oh grad hier vorne ja es war nicht der häcker schade ich habe es zu spät gesehen der war getarnt wieder ja ganz genau ich habe es noch gehört und dann zack war ich weg kacke so warte mal erst mal kamera wechseln nein der hat es echt geschafft ich habe ihn noch gesehen und dann habe ich nahkampf machen wollen aber du kannst du mich gegen getarnt dann kannst du keinen nahkampf machen das weiß ich nicht wie das ist also ich habe das irgendwie vielleicht ist das nur so ein gefühl ich habe das ja jetzt keine studie darüber geführt oder so das kam mir zumindest zuvor der ist unten der ist unten ok super ok ok c oh die sind sehr schnell naja wenn es halt vier mann sind das geht schon flink ah da drüben ist einer gestorben hm nein jeder mehr nein alter der hat mich auch noch gekriegt krass alter habe ich zu spät gecheckt einfach puh also das sollten wir denke ich schaffen ich denke nicht dass das das große problem jetzt wird glaube ich also ich habe jetzt nicht unbedingt wieder hack gestoppt da oben ist er noch bei c fast du das siehst in dem haus in dem linken ok ok ja da ist er da oben da ist er da oben naja da steht er Ich glaub schon, habt ihr... Ah, ja, Retterusichtbar. Ja, hab ich. Geil, geil. Wo sind... Äh, bei A. Oh. Ja, A. Das sagte ich. Kurz mal nachladen. Das war knapp. Wow, von oben. Was? Der ist noch dabei. Direkt im Eingang. Oh, der ist auch schon Level 56 übrigens. Ja, ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt, ne? Ja, ich bin hier der Überprobe mit Level 28 oder so ähnlich. 29 jetzt. Ich bin der Überprobe. Alter, ich könnte den nicht töten, weil ich auf meinen Partner geschossen hab. Oh, Fischer. Das ist echt tragisch. So. Mein lieber kann die Kerner nicht den gleichen Trick zweimal machen. Das funktioniert meistens nicht. Warte. So, okay. Also sie gewinnen jedenfalls nicht, weil das ist der letzte Hack, den sie fertig kriegen, wenn überhaupt. Ja. Wir haben 15% mehr. Das war nicht der Hacker. Können wir trotzdem mal ausräuchern. Ja, mach das mal. Hä? Hier ist niemand. Da ist er noch. Fuck. Ey, jetzt leg es aber los. Wo ist denn der? Hinter euch, hinter dir. Ja, genau dort. Ah, der ist er. Hinter dir. Hinter dir. Nein. Du hast keine Chance. Ich muss nachladen. Ich sehe nur noch getarnte Leute, die von drei Seiten ankommen dort. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich musste nachladen. Es war ein wenig zu viel. Das haben die jetzt echt gut gemacht. Ja. Ein wenig zu viel des Guten. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Scheiße. Ja, das haben sie dann. Mission successful. Aber 15% haben wir mehr. Oh yeah. So. Haben wir denn auch noch? Na ja, gut. War noch schönes Spiel. Ja, Leute. War schönes Spiel. Dann, danke fürs Zuschauen und haut rein und wir sehen uns bei der nächsten Runde mal. Ne? Vielleicht mit gerne keinem Video. Ciao. Ja, ja. Auch gerne in unserem Team mal. Das wäre auch schön. Ja, vielleicht wollen wir mal in unserem Team. Weil wir haben gerne Leute, auf die wir uns verlassen können. So. Dann, haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.